In der nordungarischen Region geben die Ungarn-Deutschen seit 17 Jahren schon ihrer Identität und ihrer Zusammengehörigkeit unter anderem im Rahmen einer Jahresgala Ausdruck. Und dazu gehören auch die soeben stichwortartig aufgezählten Traditionen. Die 17. Gala der Ungarn-Deutschen der Region Nord fand im November 2016 in Tekele in der Stadt Döcköl im Komitat Pest statt. Zum Verband der deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltungen in der nordungarischen Region gehören 58 örtliche deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltungen aus drei Komitaten. Zwei Sender und Berkina aus dem Komitat Naurat, sechs aus dem Komitat Heves und die restlichen 50 örtlichen deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltungen arbeiten in dem Komitat Pest. In dieser nordungarischen Region sind natürlich auch etliche Kulturgruppen, die ungarn-deutsche Traditionen pflegen, tätig. Der Verband der deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltungen der drei Komitate organisierte vor 17 Jahren das erste Mal einen deutschen Kulturnachmittag, an dem die hauseigenen Formationen auftragen und die interessierten Ungarn-Deutschen zusammengekommen sind. Seitdem ist daraus Tradition geworden, die Jahr zu Jahr Anfang November zurückkehrt. Warum sind solche Veranstaltungen wichtig? Grundsätzlich natürlich, dass wir feiern, wirklich ohne Aufgaben, ohne weitere Probleme, dass die Leute zusammenkommen, dass wir jedes Jahr für drei Gruppen oder Leute die Auszeichnung übergeben können, die für Region Nord, für die Ungarn-Deutsche viel getan haben. Genauso wichtig ist, dass wir für die Jugendlichen auch Stipendium übergeben, weil ich denke, dass nach 20, 30, 40 Jahren wieder ältere Leute Aussetzungen bekommen können. Dazu brauchen wir die heutigen Jungen auch reinziehen in unser ungarn-deutsches Leben. Und ich finde es sehr wichtig, dass die Generationen zusammen sind und zusammen feiern. Gastgeber der Veranstaltung war dieses Jahr die Stadt Tekele im Komitat Pest. Der deutsche gemischte Chor des Ortes eröffnete das Unterhaltungsprogramm. Der Schirmherr der 17. Deutschen Nationalitätenkultur-Gala der Region Nord war der Regierungsbeauftragte des Komitates Pest, dr. Richard Tarnay. Sokszor gondolkodunk és patika mérlegen számolgatjuk, hogy akkor most önök inkább magyarnak vallják magukat, inkább németnek, a magyar kultúra áll önökhöz közelebb vagy a német, miközben ezek áll kérdések. A vagy-vagy helyett az is-is hitvallása áll hozzám közelebb, tehát nem választanunk kell különböző dolgok közül, hanem igenis is-is, ha értékekről, ha jó dolgokról van szó, akkor ezt is és azt is magunkénak vallhatjuk, és ezáltal gazdagabbak lehetünk. Emmerich Ritter, der Vorsitzende des Verbandes der deutschen Nationalitäten Selbstverwaltungen in Nordungarn, wies einführend darauf hin, dass der Verband die Gala letztes Jahr bereits in Tököl veranstalten wollte, Einen Tag vor dem geplanten Termin war jedoch der furchtbare Terroranschlag in Paris und der Tag darauf wurde zum Trauertag in Ungarn erklärt. Jetzt sind wir endlich wieder hier. Ich bedanke mich bei Stadt Tököl und ich bedanke mich bei allen Firmen, welche damals alles vorbereitet haben und so alles zurückgemacht haben. Wir müssten nicht zahlen dafür. Verschleppung, Vertreibung, die sind zwei Wörter. Welche Wörter heute schon alle fast in Ungarn kennen, unabhängig, dass sie Deutsch kennen oder nicht. Die Rede des parlamentarischen Sprechers der Ungarn-Deutschen spannte einen Bogen zwischen der ungarn-deutschen Geschichte vor 70 Jahren und der gegenwärtigen Möglichkeiten unserer Nationalität. Das war, dass wir die letzten vier Jahre in der Welt passieren, dass sie die Möglichkeit haben, dass sie die Möglichkeit haben, wenn sie in der nächsten Zeitung, dass sie die Kinder auf dem Bogen und die Kulturen, die Traditionen, Das ist die Qualität, die wir uns auch auf der Fall haben. Ich denke, dass wir wirklich nach 70 Jahren so weit gekommen sind, dass was früher passiert, das ist historisch, politisch und ich hoffe, dass menschlich auch auf seinem Platz kommt. Und die Kinder, Enkelkinder können auch jetzt erstmal für sich selbst und für ihre Kinder konzentrieren. Die Puppe. Klara, meine sprechende Puppe, ist am liebsten Buchstabensuppe. Ich stelle ihr den Teller hin, das ganze ABC darin. Bald geht die Klara in die Schule, lernt schreiben, was sie sprechen kann und kommt sie mittags hungrig heim. Was glaubst du, koche ich ihr dann? Klara, meine sprechende Puppe, ist am liebsten Buchstabensuppe. Dann hat Klara die Buchstabensuppe gegessen und hat angefangen, schneller zu sprechen. Klara, meine sprechende Puppe, ist am liebsten Buchstabensuppe. Ich stelle ihr den Teller hin, das ganze ABC darin. Bald geht die Klara in die Schule, lernt sie, was sie sprechen kann und kommt mit der Zungrig heim. Was glaubst du, koche ich ihr dann? Klara, meine sprechende Puppe, ist am liebsten Buchstabensuppe. Klara, meine sprechende Puppe, ist am liebsten Buchstabensuppe. Klara, meine sprechende Puppe, ist am liebsten Buchstabensuppe. Das hat mich sehr betrogen, da nahm ich mir einen Schuss. Ihr Leben muss ich lassen, das kostet mir nur einen Schuss. Ein Höhepunkt der Jahresgala der Deutschen in Nordungarn ist immer die feierliche Übergabe der drei Auszeichnungen für das Deutschtum in Nordungarn. Im Jahre 2016 erhielt sie das Ehepaar Marlock aus St. Ivan für langjähriges, hervorragendes Engagement für die Deutschen, für die deutsche Kultur- und Traditionspflege im Heimatort. Ich bin eine gebürtige St. Ivan. Ich hatte zwar einen kleinen Umweg. Wir sind nicht vertrieben worden, sondern wir sind geflüchtet. Und noch 44. Und 56 im Frühjahr sind wir zurückgekehrt. Ja, so stark war die Bindung an St. Ivan. Ja, so stark war die Bindung. Und wir sind einfach so reingelaufen, reingekommen. Dann wurde ein Mutterspracherverein gegründet, noch vor der Selbstverwaltung. Und ich wurde einfach dort reingewählt als Vorstand. Dann kam die deutsche Selbstverwaltung. Das ging so weiter und so weiter. Und wir mussten tun, was uns vorgeschrieben ist. Nicht vorgeschrieben, was von Herzen kam. Und sind Sie heute noch aktiv in der deutschen Selbstverwaltung oder in irgendeinem Verein? Vor zwei Jahren habe ich es abgegeben, weil ich war ja von Anfang an dabei. Und ich denke, das müssen wir schon den Jüngeren. Die Funktion haben Sie abgegeben, aber Sie machen auch seitdem weiter, nehme ich an. Natürlich, wir haben das kleine Dorfmuseum, die Begegnungsstätte. Das machen wir weiterhin mit meinem Mann gemeinsam. Er hilft mir, ob das um den Garten geht, um den Hof oder um die Veranstaltungen dort. Das machen wir immer sehr gerne. Und also die Familie, das Ehepaar arbeitet zusammen, aber das braucht man auch. Man braucht eine gegenseitige Unterstützung, nicht? Ja, genau. Also wie Sie sagen, die Frau zeigt immer, was zu tun ist. Und ich versuche, das zu schaffen. So ist die Arbeitsteilung. Ja, so ist es, ja. Sind Sie auch ein gebürtiger St. Ivana oder wie ist Ihr Lebenslauf? Ja, also meine Ahnen, die kommen aus Baden-Württemberg in der Nähe von Pforzheim. Das war der Sebastian Morlock, kommt 1753 nach Pili-Sentivan. So genau wissen Sie die Familiengeschichte. So genau, ja. Wir mit Elisabeth, wir singen seit 24 Jahren im gemischten Chor Pili-Sentivan. Ich bin Vorstand seit dieser Zeit mit alles drum und dran, was zu tun ist beim Chor. Natürlich, die fachliche Sache, da haben wir Chorleitern, aber da gibt es eine Menge Arbeit. Andererseits, wir Pili-Sentivan, da war seit 1908 eine Kapelle, also Blaskapelle und immer und immer. Und vor wenigen Jahren, also haben die dann aufgehört und vor zehn Jahren habe ich mir diese Mühe genommen, habe ich gesagt, Mensch, das kann doch nie sein. Mein Großvater, der war ein Musikant, der spielt auf Klarinett und der hieß Tilli Lihansi. Sag ich, Mensch, also ich bin ein Enkel von Tilli Lihansi, da muss ich etwas tun. Und seitdem haben wir eine super Blaskapelle, wir feiern nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum. Und was spielen Sie? Spielen Sie auch eine Klarinette, oder? Leider nein, also das hat mir nicht gegeben, aber ich bin stolz auf meine Enkelin, Jessica Morlock, also die spielt auf Querflöte und die macht mit, also in dieser Blaskapelle. Die mit der Auszeichnung für das Deutschtum in Nordungarn geehrte Gemeinschaft war diesmal der Chor der Musikfreunde zu Uifluch. Die Sands, der wäschig, die Brüder, mir ranken, mein Schmiedsdrauch. Mir sagen, das ist der Kummer, mit der Eisenbahn. Die Schuhe des Anfelsen, kaum so siehst mir grau. Die Sands, der wäschig, die Brüder, mir ranken, mein Schmiedsdrauch. Die Sands, der wäschig, die Brüder, mir ranken, mein Schmiedsdrauch. Vor 30 Jahren, als wir gegründet sind, waren die meisten schwäbische Leute. Aber wie bei den anderen Choren, auch bei uns, sind auch die ausgestorben, die älteren Leute. Und jetzt sind wir meistens ungarische Leute. Und Sie persönlich, kommen Sie aus einer schwäbischen Familie oder aus einer ungarischen? Ja, nein, schwäbische Familie, ganze Familie, Eltern, Großeltern, alle sind Uiflucherschwäbische Familie. Uiflucherschwaben. Und jetzt sind aber schon weniger Schwaben in Uifluch, oder? Ja, Schwaben sind auch weniger. Und in unserem Chor ist überhaupt ganz wenig. Also die singen lustige Leute, das sind nicht in erster Linie die Schwaben, aber Sie singen die deutschen Lieder gerne, nicht? Ja, gerne. Unser erster Chorleiter, Ola Dar-Hufnagel, vielleicht ist der Name bekannt, der hat nur deutsche Volkslieder mit uns, oder schwäbische Lieder gelernt uns. Aber jetzt ist er leider nicht mehr mit uns. Jetzt ist Attila Doscher. Aber er ist auch, ich freue mich sehr, weil ich bin eine schwäbische Frau. Wie die schwäbische Lieder kommen auch mehrere, wie die ungarische. Wir haben einen Mann, der ist Dienstag 88 Jahre, der kennt alle Uiflucher-Lieder von früher. Er lernt uns alle Uiflucher-Lieder. Gott sei Dank noch. Die guten alten Lieder. Und gehen Sie auch zur Qualifikation des Landesrates? Haben Sie dort auch Erfolg? Ja, ja, wir waren auch dieses Jahr im Mai und haben wir auch einen goldenen Preis bekommen. Was sind Sie von Peru? Ich? Ich habe ein Blumengeschäft im Dorf und arbeite noch dabei in der Gemeinde. Wie Witzelbürgermeister schon seit, also der Gemeinderat schon 26 Jahre und wie Witzelbürgermeister seit vier Jahren. Und dabei war ich bei deutscher Selbstverwaltung auch dabei, früher jetzt nicht mehr, aber das ist schon zu viel. Für die Pflege des deutschen Liedgutes, der deutschen Traditionen ihres Heimatortes Sende im Komitat Naurat, wurde vom Verband der deutschen Selbstverwaltungen in Nordungarn auch Katharina Kohari ausgezeichnet. In Sendehei bin ich geboren, in die Schule gegangen und wohne noch immer in Sendehei. Sendehei ist der schönste Ort auf der Welt, nicht? Ja, für mich ja. Ich weiß nicht, für andere, aber für uns ja. Meine Mutter war Deutsch, mein Vater nicht. Mein Vater war Ungarnisch, aber er ist gestorben, bis ich drei Tage alt war, mein Vater. Und so meine Mutter hat uns aufgezogen, ich noch ganz klein, aber im deutschen Dorf und in deutscher Muttersprache. Und dann habe ich mit mir größer geworden, die deutsche Schule auch besucht und Deutsch gesprochen. Aber wie ich geheiratet habe, das war ein ungarischer Mann. Und Sie haben die deutsche Sprache bewahrt in der Familie? Ja, aber doch bewahrt. Zu Hause ungarisch gesprochen, aber woanders und mit den Kindern auch Deutsch. Und so ist das geblieben. Und dann bin ich in den Chor gegangen, mit den Kindern schon größer, weil mein Mann ist leider gestorben. Und dann bin ich in den Chor gegangen, im Deutschen Traditionalkor. Und dann haben wir die schönen deutschen Lieder gesungen. Wie lange machen Sie das jetzt schon mit dem Chor? Das mache ich jetzt schon 17 Jahre. 17 Jahre. Und waren immer nur vier Frauen oder waren früher mehr? Es waren mehr auch, aber es waren viel ältere und sind schon weggestorben und auch weggeblieben. Aber ich bin auch nicht mehr jung, aber doch geblieben. Darf man fragen, wie alt? Ich mache das sehr gern. Ich bin 85. Und die Lieder, die stammen aus Sendehei? Ja, das sind lauter Sendehei-Lieder. Das sind noch von den Älteren gesammelt? Wir haben den Älteren gesammelt und die haben uns das übergeben. Und wir sind in diesem Aufgewachsenen und haben das mitgelernt. Das sind noch von den Älteren gesammelt. Mit einem Musikstück mit besonderer Geschichte, gespielt in der Gala von der Haras-der-Dorf-Musik, gedachten die Teilnehmer der Gala der Verschleppung der Ungarn-Deutschen vor 71 Jahren. Die Marta Purka wurde unlängst von einer Verwandtin von mir auf dem Dachboden gefunden. Die Frau Kraus, geborene Shomlai, ist die Tochter von Hans Stark, denn nach dem Heimkehr hat Hans Stark seinen Namen auf Shomlai modernisiert. Und interessant war die Datierung der Purka, nämlich 1946 Trudovskaya und dann eine Schrift noch dazu, Norbert Petri aus Kronstadt und Hans Stark aus Wetschisch. Sie waren gemeinsam auf Zwangsarbeit, beziehungsweise auf Malenki-Robot in Russland, in der Ukraine. Norbert Petri war nach der Verschleppung, er kehrte 1949 nach Kronstadt nach Hause und dort wurde er Musikdirektor des dortigen Theaters. Und Hans Stark war jahrzehntelang Leiter der Wetschischer Blaskapelle. Es wurde dann von Tomasz Vorkosch bearbeitet, für große Blaskapelle arrangiert. Und das wurde aus den Mitteln der deutschen Selbstverwaltung des Kommilitators Pest gefördert. Auch mit einem Lied, das von Verschleppten in Russland gedichtet wurde, erinnerte sich die Gemeinschaft an die zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion gebrachten jungen Schwaben. Alle 58 deutsche Selbstverwaltungen, die zum Verband in Nordungarn gehören, waren auf der Bühne vertreten. Und auch die 1945 aus Sigetsen-Marton nach Sibirien verschleppte, 90 Jahre alte Maria Heveschi, geborene Maria Schwarz, wurde auf die Bühne gebeten. Tradition der Gala der nordungarischen Region ist auch die feierliche Übergabe von Stipendien an junge Gymnasiasten, die Interesse für das Ungarn-Deutschtum zeigen und im Nationalitätenbereich bereits tätig sind. Sechs Jugendlichen hat die deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung des Kommitats Pest das 80.000-Vorint-Stipendium zugesprochen. Nun kommen wir zur feierlichen Übergabe der Stipendien der deutschen Selbstverwaltung des Kommitats Pest. Dieses Jahr wird das Stipendium an sechs Schüler verlieren, die uns von ihren schulischen und außerschulischen Leistungen, von ihrer Begeisterung für das Ungarn-Deutschtum überzeugt haben. 2016 geht das Nationalitäten-Stipendium an Diana Deminger, Schülerin des deutschen Nationalitäten-Gymnasiums Budapest aus Sigurd Betsche-Betsch. Ich heiße Diana Deminger, ich bin 15 Jahre alt, ich besuche die deutsche Nationalitäten-Gymnasium in Budapest. Und wo bist du zu Hause? Wohnst du in Budapest oder woher kommst du? Nein, ich wohne in Betsch, in Sigurd Betsche. Und ich wohne am Wochentagen in dem Schülerwohnheim. In dem Schülerwohnheim, von dem DNG? Ja. Kommst du aus einer schwäbischen Familie oder lernst du sehr gut oder weshalb kriegt man ein solches Stipendium? Ich mag die deutsche Sprache und ich komme aus der deutschen Familie. In Sigurd Betsche. In Sigurd Betsche. In Sigurd Betsche. Zu Hause aus einer deutschen Familie. Und möchtest du dann auch mit der deutschen Sprache weiterlernen? Ja, vielleicht. Ich heiße Lisa Mannherz, ich komme aus Berischfahr und ich gehe in Friedrich-Schiller-Gymnasium auch in Berischfahr. Welcher Klasse? Neunze. Ich mag auch die deutsche Sprache. Meine Familie ist Schwäbisch und ich spiele in einer Schauspielgruppe. Im Gymnasium? Nein, das gibt es im Schaumar. Das ist ein privates oder... Ja, diese schwäbische Gruppe. Ja. Macht dir das Schauspielen Spaß? Ja, das macht sehr Spaß. Und was machst du mit diesem Stipendium? Ich möchte schwäbische Kleider kaufen und ich möchte bei meiner Familie in Deutschland einen Monat verbringen. Deutsch lernen? Ja. Wir sehen uns übern, ja. 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 Ja.